Hallo und herzlich willkommen in unserer Versicherungsagentur. Mein Name ist Thorsten Schnitzler. Für viele Leute scheint das Thema Absicherung ein kompliziertes, abstraktes und schwer greifbares Thema zu sein. Nichtsdestotrotz ist es heute in der schnelllebigen Zeit, umso wichtiger, sich auf das Leben und den Weg vorzubereiten und sich abzusichern. Denn unverhofft kommt oft. Neben Feuer und Wasser sind wir Menschen im Alltag einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. Deshalb ist es wichtig, dann über Dinge zu sprechen, wenn diese noch nicht eingetreten sind, auch wenn diese im ersten Moment unrealistisch oder weit entfernt scheinen. Seit über 18 Jahren beraten wir Kunden in ganz Deutschland zum Thema Absicherung, egal ob es die eigenen vier Wände oder das eigene Leben ist. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann buche doch ein kurzes Kennenlern-Telefonat mit uns. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Bis dann.